Musik Sonnenlicht ist schön, es braucht aber auch Schatten. Schenkerstorren in Schönewert ist die Nummer 1 im Schweizer Sonne- und Wetterschutzmarkt. Mit einer Investition von über 30 Millionen Schweizer Franken hat Schenkerstorren seinen Produktionsstandort hier in Schönewert massiv ausgebaut. Das heisst 13'000 Quadratmeter zusätzliche Fläche für die Storren- und Rollladenproduktion, eine hochmoderne Pulverbeschichtungsanlage sowie eine neue, grössere Spedition. In der erweiterten, hochmodernen Fabrikation produziert das 1881 gründete Unternehmen jährlich knapp eine Viertelmillion Produkte wie Lamellen, Ganzmetall, Sonnen- oder Stoffstorren. Bei der Firma mit rund 750 Mitarbeitern steht der Kunde mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Man entwickelt sich entsprechend den Marktanforderungen stetig weiter. Ebenso grossen Wert leitet man auf Umweltschutz und einen sorgfältigen Umgang mit Ressourcen. Lamellen-Storren sind in jeder Position verstellbar und garantieren eine optimale Raumausleuchtung oder eine praktisch komplette Abdunklung. Rollladen sind sehr stabil und sind auch im Renovationsbereich gefragt. Sie lassen sich, wie auch Lamellen-Storren, elektrisch antreiben und auch steuern. Neu gibt es mit Solarenergie antriebene Storren. Mit einem diskreten Solarpanel werden tagsüber die Akkus geladen, um Strom für die Motoren zu liefern. Der Schenker-Storren-Service ist bekannt für die kurze Reaktionszeit. An den 37 Standorten in der Schweiz stehen Mitarbeiter bereit. Wir setzen damit bewusst und auch zukünftig auf den Produktions- und Werkplatz Schweiz. Denn nur so können wir unseren hohen Qualitätsstandard nachhaltig sicherstellen und unseren Kunden weiterhin erstklassige Produkte und Dienstleistungen mehr in Switzerland garantieren. Schenker-Storren Storren mit Mehrwert Storren mit Mehrwert Storren mit Mehrwert Storren mit Mehrwert